In den Hallen des Wissens, wo der Geist erwacht, steht ein junger Poet, voller Leidenschaft entfacht. Mit Worten will er den Heiligen Koran preisen und die Botschaft der Liebe und des Friedens verbreiten. Der Koran, eine Quelle der Erkenntnis und des Lichts, erstrahlt in den Herzen, erhellt unser Gesicht. Von Generation zu Generation weitergegeben, wer es studiert, nur der kann es erleben. Der Kalif, der Hüter des Glaubens und der Einheit, mit Weisheit und Liebe führt er uns zur Wahrheit. In seinen Worten höre das himmlische Summen, vor seinen klangvollen Argumenten die Feinde verstummen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat, unsere Gemeinschaft so stark, gefüllt mit Glauben, Tugend und Recht im Eifer mag, mit vereinten Kräften dienen wir der Menschheit, in Eintracht und Brüderlichkeit, im Namen der Einheit. Der verheißene Messias al-Islam, der Gründer der Gemeinde, er kam, um die Herzen der Menschen zu erfreuen. Er verkündete die Botschaft des Islam rein und klar und legte den Grundstein für unsere Gemeinschaft wunderbar. Der zweite Kalif baute Hallen für die Jugend mit Bedacht, die Majlis Khuddam al-Ahmadiyah, in fröhlicher Pracht. Wir tragen seine Vision in unseren Herzen, mit Engagement und Stolz, unsere Gemeinschaft zu stärken. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Vorbild für uns alle, seine Taten und Lehren, sie erfüllen die Halle. Mit Sanftmut und Barmherzigkeit wandelte er das Sein, ein leuchtendes Beispiel für die Menschheit, groß und klein. In diesem Poetry Slam erheben wir unsere Stimmen, um den Heiligen Koran und seine Weisheit zu besingen. Wir teilen unsere Liebe und unser Verständnis für den Glauben, der uns befreit von Bedrängnis. Möge Allah uns segnen auf diesem Pfad, den Heiligen Koran zu verkünden ohne Scheu und Last. Der Heilige Koran, unser Kompass und Geleit, in Brüderlichkeit vereint, tragen wir ihn weit. Koran gibt dem Koran Leben, denn Koran lebt vom Lesen, doch offenbart er sich nicht jedem. Habe Acht vor den eigenen Feinden, Hofmut, Prallerei, Narzissmus und dergleichen. Du hast doch auch den Koran zu lesen, den Zusammenhang zu verstehen, zwischen den Zeilen zu sehen. Und bei ihm sind die Schlüssel des Verborgenen, gewährt er sie, wem er will, des Verborgenen. Er ermahnt die unruhig suchende Seele, mit Wissenschaft, Jura, Medizin und guter Rede, halte inne und liest ihn mit dem Sinne. Es folgt die Nacht auf den Tag, die Blüte dem Verdorgen, Leben auf Tod, Existenz dem Nichts und es folgt das Land dem Meer und das Tier dem Menschen und der Spiritus dem Körper, Reflexion dem Reflektor und umgekehrt. Weißt du schon, wofür du lebst? Einsamkeit, Zweisamkeit oder lebst du für dich? Kampf dem dir innewohnden Tier, Schreit es nach Gelüst und folgt es der Gier. Folgst du deinen beflügelten Wünschen, So steige auf und rase zugrunde, Mitnichten, es ist deine dunkle Stunde. Stirb, denn du kamst an die Reihe, Mit deinem Wirken auf Erden und Gott verzeihe, Denn du hast deine Zeit nicht zeitlebens genutzt, Erschrocken nach dem Tode siehst, Deine Taten gestutzt. An deiner Seele haftet so viel Dreck. Ich habe nie Koran gelesen, wie mache ich das weg? Ja, hättest du nur eine Seite aufgeschlagen, Eine Zeile gelesen und nach einem Wort gehandelt, So würdest du nicht in Dunkelheit wandeln, Mit dir und deinen Taten zanken und an der Seite der Teufel dankend. Deine Taten werden dich anklagen, Verurteilen und jedem sagen, Euer Ehren, er ist schuldig. Winselnd auf allen Vieren, nach Gnade schreiend, Dem Richter, seine eigene Frau, Tochter und Gold anbietend, Schwer atmend, dahinschniefend, Und hättest du alles auf der Welt angeboten, So dich von allem loszukaufen, Ums Paradies zu betreten. Nein, du sollst die Hölle betreten, Du hast ja meine Worte nie gelesen Und warst so aufgeklärt gewesen, Zeitlebens. Und nun denkst du, es könnte so gehen, Du spazierst als Junker so nach Eden Und keinen anderen außer dir soll es dort geben, Der vor oder nach dir ins Paradies tretet. Und hast du dem Himmel etwa geerbt? Nein, dir bleibt er verwehrt. Und deine Eltern winken von der anderen Seite, Selbst diese bleiben dir verwehrt, Und leise geht es in die Kammer des Schreckens, Den Kopf gekrümmt, Nicht mehr den Nacken strecken, Wie ein Hund das eigene Fell leckend, Gifst du dich mit der Hölle zufrieden, Hast verloren und wolltest doch siegen. Selbst Nike hat aus Scham weggeschaut, Auftrag nicht verstanden, Setzen sechs, haut es raus. Und gebrannt magt wirst du ins Paradies eintreten, Von allen geächtet, belacht und getreten, So soll es sein. Aber mein lieber Bruder, Lies das Wort und handle danach, Das erspart Leiden und die große Schmach. Zum Ende hin wieder die erste Zeile, Kur'an gibt dem Koran Leben, Denn Koran lebt vom Lesen, Doch offenbart er sich nicht jedem. Ich habe ein Gedicht über den Heiligen Koran. Er bewahrt dich vor deiner letzten Hinrichtung, Er ermahnt dich vor deiner Selbstvernichtung, Er zeigt dir die einzig klare, die wahre Richtung, Er ist die prächtigste, die höchste, die letzte Richtung, Er ist die mächtigste, die größte, die beste Richtung, Er zeigt dir die Himmelsrichtung, Zwischen Fuß- und Flugrichtung, Er ist Einheit in jeder Belichtung, Zwischen Seil- und Pfeilrichtung, Er gibt dir die Gewichtung, Zwischen Spiel- und Zielrichtung, Zwischen Entrichtung und Verpflichtung, Belebe und erlebe diese Sichtung, Er ist keine peinige oder bändige Verwicklung, Er ist eine reinige und lebendige Entwicklung. In jener Doppeldichtung zeigt sich die universelle Schichtung, die schönste Bindung in der besten Bindung, Er bewahrt dich vor deiner letzten Hinrichtung, Er ermahnt dich vor deiner Selbstvernichtung, Er zeigt dir die einzig klare, die wahre Richtung, Er ist die prächtigste, die höchste, die letzte Richtung, Er ist die mächtigste, die größte, die beste Richtung. Jazakallah, liebe Brüder, dass ihr uns zugehört habt, das waren jetzt nur drei Gedichte, jetzt seid ihr gefragt, reicht uns doch auch bitte eure Gedichte ein. Jazakallah und Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.